Es geht um einen älteren Herrn, gespielt von Heiner Lauterbach, der in einer Villa wohnt und einen Schlaganfall hat und frühzeitig auch wieder in die Villa zurückkehrt, sich aber nicht bewegen kann, alleine hier ist und der Pfleger sollte einen Tag später kommen. Und dann gibt es Einbrecher, die den Dennis, gespielt von Emilio Sacraia, in diese Villa schicken, um sie auszuräumen.